Baugut auf der Schmalfuß, heute auf der Suche nach Wärmebrücken, um Wärmeverluste am Haus zu verhindern. Wir haben hier ein Dachfenster, welches in der Verklinkerung drin sitzt. Und hier am Rand können wir sehen, Temperaturen sinken ab auf etwa 11 Grad. Hier wälzt sich auch schon die Tapete ab. Deutliches Zeichen, dass hier eine kalte Stelle ist. Wir haben dann hier einfach mal die Sollbank rausgerückt. Und auch in der Thermographie kann man vorher sehen, wie dunkel diese Stelle ist. Hier ist diese Stelle und da waren also auch nur etwa 10-11 Grad. Vielen Dank.